In diesem Video wollen wir das Beispiel aus dem letzten Video, und zwar das mit den vier Subnetzen, erweitern um sogenanntes statisches Routing. Im letzten Beispiel hatten wir alle vier Subnetze an einen Router gehängt, das war dieser hier, und über diesen Router konnten die dann alle direkt miteinander kommunizieren, ohne dass wir dem Router noch irgendwas beibringen mussten. Das ließ sich dadurch ohne weiteres erklären, dass der Router durch seine IP-Adressen an seinen Netzwerkinterfaces ja die Netzwerke kennt und damit auch beurteilen kann, wo irgendein Paket hin soll. Jetzt ist es aber so, dass man in der Praxis natürlich auch öfter mal Router miteinander verbindet, würde man das nicht tun, wenn Router einigermaßen sinnbefreit. Das heißt, wir ändern jetzt die Struktur ein bisschen, die Subnetze und die IP-Verteilung, die ist komplett gleich geblieben, das heißt, das ist wirklich exakt das Beispiel aus dem letzten Video. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, ich habe diesen Router hier kopiert, auf diese Seite, also kopiert heißt auch wirklich mit den Einstellungen, die wir da vorgenommen hatten, inklusive IP-Adressen. Und ja, diese beiden Router jetzt verbunden. Hier ist jetzt eine Strichellinie zwischen, und zwar ist eine gestrichelte Linie in Packet Tracer ein sogenanntes Crossover-Kabel. Das ist hier ein kleines, ja, ich sag mal Cisco-Spezifikum, darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, das ist jetzt nichts Besonderes. Hier wird ein Crossover-Kabel zur Verbindung benötigt, sei aber jetzt mal an der Stelle nicht so wichtig für das eigentliche Networking. Was wir brauchen, damit diese beiden Router miteinander reden können, ist etwas, das man in der Praxis dann Transportnetz nennt. Ein Transportnetz ist quasi ein logisches Netzwerk, also ein IP-basiertes Netzwerk, was zwischen den jeweiligen Routern aufgezogen wird. Das muss nicht so aussehen wie hier, also es muss nicht so sein, dass es wirklich nur zwei Router verbindet. Es ist theoretisch zumindest auch denkbar, dass man hier noch einen Switch in die Mitte setzt und dann ganz viele Router quasi auf Layer 2 über einen Switch verbindet. Technisch ist das möglich, man macht das in der Praxis allerdings nicht so häufig, wenn dann gibt es da relativ spezielle Gründe für. So ein Transportnetz hier muss halt einfach nur da sein, damit hier die Interfaces der Router entsprechende IP-Adressen kriegen können und ist auch was, was vorgegeben ist. Das heißt, man kriegt von außen, irgendwer sagt einem, welche IP-Adressen man da benutzen darf, üblicherweise. Und dann hat man sich daran zu halten. Ich habe jetzt mal als Transportnetz die 101010.0 genommen, aber ohne jetzt da tieferen Sinn drin zu sehen, einfach nur, weil es mir so eingefallen ist. Ferner habe ich hier eine 24er Subnetzmaske genommen. In der Praxis geht man üblicherweise hin und macht die Subnetzmasken größer, das heißt nimmt da irgendwie eine 28er oder sowas. Der Grund ist der folgende. Man vermeidet in der Praxis üblicherweise ganz viele Router miteinander zu verbinden, also sehr viele Router miteinander zu verbinden. Und wenn ich eine 24er Subnetzmaske nehme, dann heißt das ja, das komplette letzte Oktett ist mein Hostanteil. Das heißt wiederum, dass ich da 254 Hosts drin adressieren kann oder auch 254 Router. Und das sind zu viele eigentlich. Das macht man nicht, sondern man sorgt dafür, weil man IP-Adressen sparen will, dass man die Subnetzmaske relativ lang macht, da man einen sehr, sehr kleinen Hostanteil hat, wo man dann so ein paar Router drin adressieren kann. Und dann ist gut, also realistisch wäre hier vielleicht eine 28er Subnetzmaske oder eine 29er. Aber so ist es jetzt erstmal einfacher vielleicht zu verstehen oder zu sehen. Gut, was muss ich noch tun? Ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Netzwerk-Interfaces der Router, das ist, wenn man hier mal mit der Maus ein bisschen länger drauf hält, ist das hier auf der linken Seite der Ethernet-Port 4 und auf der rechten Seite der Port 2, dass die jetzt IP-Adressen aus diesem Transportnetz kriegen. Das habe ich schon konfiguriert. Also hier ist es der vierte und wir sehen, der hat die 101010.1 bekommen mit einer 24er Subnetzmaske, die in Dezimal eben so aussieht. Und der rechte muss auch eine IP-Adresse an seinem Port 2 bekommen aus dem entsprechenden Transportnetz und auch der hat die 101010 und jetzt eben Punkt 2 als nächste und auch mit einer 24er Subnetzmaske. Und jetzt können wir das Ganze mal durchspielen. Also weiteres habe ich noch nicht in den Routern konfiguriert. Nochmal, um zu gucken, ob das, was aus dem vorigen Beispiel noch übrig geblieben ist, noch funktioniert überhaupt. Also kann der hier noch mit dem reden. Das war unser Stand beim letzten Mal und wir sehen, das funktioniert. Jetzt können wir als nächstes mal testen, ob dieser Router überhaupt mit diesem hier kommunizieren kann. Also zur Änderung, dieses Interface und dieses Interface liegen im gleichen Netz. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Wenn wir das machen, geht es auch. Also funktioniert. Wenn es in die eine Richtung geht, geht es eigentlich auch in die andere Richtung. Es gibt wenige Gründe, warum das dann nicht funktionieren sollte. Das heißt, was können wir? Der kann mit dem kommunizieren. Die Router sehen sich offensichtlich untereinander. Was jetzt aber nicht funktioniert, ist folgendes. Dieser PC möchte, wie im letzten Beispiel, mit diesem PC kommunizieren. Hier entsteht ein Failed. Jetzt hatte ich im letzten Video schon gesagt, bei so ersten Ping-Anfragen passiert das ganz gerne mal. Deswegen zur Sicherheit machen wir es nochmal. Stellen fest Failed. Wir machen es vielleicht nochmal. Kann ja sein, dass er ein bisschen braucht. Nö, stellen fest Failed. Geht nicht. Warum geht das nicht? Das hat den ganz einfachen Grund, dass wir diesem Router hier, also man muss sich jetzt vorstellen, was passiert hier eigentlich an Paketen. Also, der möchte einen Ping schicken an diese IP-Adresse. Was stellt er als erstes fest? Er stellt als erstes fest, okay, diese IP-Adresse hier unten liegt nicht in meinem Netz. Damit muss ich auf Layer 2 mein Gateway adressieren. Das Gateway ist dieser Router-Port. Das heißt, er schickt ein Paket weg, was auf Layer 2 an den Router adressiert ist und auf Layer 3 an diese IP-Adresse hier unten. Das kriegt jetzt dieser Router. Dieser Router guckt jetzt auf seinen Interfaces nach. Ja, hm, kenne ich denn dieses Netzwerk? Und wenn er dieses Netzwerk kennt, schickt er das Paket an den entsprechenden Port weiter. Und wenn er es nicht kennt, verwirft er es. Und jetzt ist es so, dass er dieses Netzwerk vielleicht nicht kennt, möglicherweise. Denn das haben wir ihm ja nicht beigebracht. Hier passiert aber noch was anderes. Ich habe ja gesagt, ich habe die Einstellungen aus dem letzten Video übernommen. Und jetzt muss man nochmal aufpassen. Sowas passiert nämlich gerne, wenn man Konfigurationen übernimmt. Und vorher, im letzten Video, hing dieses Netzwerk bei diesem Router an Ethernet-Port 5. Und wenn wir hier nochmal reingucken, dann liegt da jetzt plötzlich dieses Netz von hier unten. Die sind physikalisch gar nicht mehr richtig miteinander verbunden. Aber das ist hier so ein, ich sage mal, Konfigurations-Artefakt aus dem letzten Beispiel. Das heißt, was dieser Router jetzt denkt, der denkt an seinem Ethernet-Port 5, hängt das Netzwerk, wo der Ping-Befehl hin soll, und stellt fest, er ist ja gar nichts verbunden. Und deswegen verwirft er einfach das Paket. Der sagt, ja gut, hier ist elektronisch nichts dran, also bräuchte auch nichts hinschicken. Und verwirft und sagt, ja, nicht erreichbar, oder beziehungsweise sagt eigentlich gar nichts. Das heißt, hier muss erstmal die Konfiguration wieder raus. Das ist Quatsch, das mache ich am einfachsten. Ja, ich kann das hier entfernen, oder ich mache das komplette Interface einfach mal aus. So, das ist aus. Und das gleiche Problem haben wir jetzt hier. Denn hier hängt jetzt an Port, lasst mich nicht lügen, 3 hängt noch dieses Netzwerk, was wir hier sehen. Port 3 ist momentan gar nicht belegt in Hardware, aber aus letztem Beispiel denkt er noch, da hängt dieses Netzwerk dran. Auch das muss ich natürlich wegmachen und das Interface ausmachen. Jetzt kann ich das Ganze nochmal versuchen. Werde aber ebenfalls feststellen, dass das fehlt. Also geht immer noch nicht. Warum geht das jetzt nicht? Der Router weiß nicht, wohin damit. Also der Router kennt ab jetzt nicht mehr dieses Netzwerk. Der weiß nicht, wo das ist. Und weil er das nicht kennt, müssen wir es ihm beibringen. Also wir müssen ihm jetzt quasi erklären, wenn du ein Paket bekommst, was in dieses Netzwerk soll, dann nimm doch bitte den Weg über diesen Router. Und was wir hier jetzt gerade reinprogrammieren, ist eine sogenannte statische Route. Das funktioniert so, dass wir hier in der Config unter Routing gehen und da gibt es eben die Static. Das sind die statischen Routen. Statische Routen sind Routen, also Verbindungen, die man quasi manuell wirklich einträgt. Man sagt ihm wirklich, dieses Netzwerk soll bitte da und dahin weitergeleitet werden. Es gibt noch was anderes. Das ist ein Routing-Protokoll, was quasi automatische Routen ermittelt. Das gucken wir uns vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal an, weil das geht schon relativ tief in die Materie. Man kann sich vorstellen, dass statisches Routing im Internet nicht funktionieren wird. Ich kann nicht zu jedem Zeitpunkt wissen, wo irgendwelche Netzwerke auf diesem Planeten sind und die alle händisch irgendwo einprogrammieren. Das funktioniert nicht. Da gibt es dann automatische Protokolle, für die sowas generieren, also solche Routing-Tabellen generieren und eins ist dieses RIP. Dazu aber an anderer Stelle mehr. Gut, was müssen wir ihm jetzt beibringen? Wir müssen ihm jetzt erklären, diesem Router, wie er dieses Netzwerk hier erreichen kann. Wenn man sich mal diese Static Routing-Option anguckt, dann gibt es hier ein Network. Das ist das Zielnetzwerk, also das Netzwerk, was ich gerne erreichen möchte. In diesem Falle das hier. Und hier gibt es einen Punkt Next Hop. Next Hop ist der nächste Router, den er dafür benutzen soll. Das heißt, ich sage ihm jetzt, dieses Zielnetzwerk, und das hat diese Netzadresse, die schreibe ich hier mal hin, also das Netzwerk 192.168.9.128 mit der Subnetzmaske 255.255.128 kannst du erreichen, indem du Router 2 als, ja, ich sage mal Mittelsmann benutzt oder als, ja, Kommunikationspartner. Dieser Router hat jetzt hier an diesem Netzwerk-Interface eine gewisse IP-Adresse, und das war eben die 10.10.10.2. Und jetzt sage ich ihm einfach, füge diese Router hinzu. Und jetzt weiß er, dieses Netzwerk kann ich erreichen, indem ich die Pakete einfach weitergebe an diesen Router. Das Ganze muss ich jetzt auch umgekehrt bauen, weil ich will ja nicht nur von da nach da kommen, wenn ich pinge, sondern ich möchte ja auch von dem Netzwerk unten wieder eine Antwort zurückschicken können. Das heißt, Gleiches muss ich jetzt diesem Router beibringen. Ich muss diesem Router jetzt Folgendes erklären. Ich muss ihm erklären, dass er dieses Netzwerk hier oben erreicht, und das ist die 192.168.8.0 mit der Subnetzmaske 255.255.255.128. Dieser Router kann dieses Netzwerk erreichen, indem man mit diesem Router kommuniziert. Und dieser Router hier hat die 10.10.10.1. Die Route füge ich hinzu und habe hier meine statischen Routen gebaut. Das war es tatsächlich schon, mehr braucht man gar nicht. Jetzt gehe ich mal raus, ich mache hier einmal Fast Forward Time, falls er da irgendwie so ein bisschen Zeit braucht, um sich darauf einzustellen, und schicke mal einen Ping und gucke, was passiert. Brechen wir es vielleicht an der Stelle mal ab und räumen wir unten erst mal auf. So, machen wir das nochmal ordentlich und stellen fest, in Progress Failed. Successful. Dieses Failed war wieder dieses typische ARP-Problem, was wir schon mal erwähnt hatten. Nämlich von da nach da sollte jetzt ein Ping-Befehl entstehen, und irgendwo auf der Route, wir hätten es jetzt nachvollziehen können, war nicht ganz klar, zu welchen MAC-Adressen irgendwelche IP-Adressen gehören. Das heißt, der erste Schritt war wieder hier irgendeine ARP-Table zu füllen. Deswegen geht der erste wieder schief. Also, wenn ihr sowas mal aufbaut in Packet Tracer, schickt ruhig mal zwei, drei Pings hintereinander, um unterscheiden zu können, ob hier gerade irgendwelche ARP-Tabellen noch nicht funktionieren, oder ob ihr wirklich einen Konfigurationsfehler gemacht habt. Aber wir sehen, jetzt können diese beiden Netzwerke miteinander kommunizieren. Funktioniert in beide Richtungen. Was immer noch funktioniert, ist das. Daran hat sich nichts geändert. Was jetzt natürlich nicht funktioniert, ist von diesem PC hier mit diesem PC zu kommunizieren. Das geht schief. Jetzt könnte man auch wieder sagen, ja, ARP-Table irgendwo an irgendeiner Stelle, aber das kann ich auch wiederholen, und es wird immer noch schief gehen. Und es wird auch ein drittes Mal schief gehen, wenn ich es mache. Das heißt, hier fehlt logischerweise was, weil ich jetzt wirklich nur diese Subnetze verbunden habe. Ich habe an dieser Stelle nicht gesagt, dass diese beiden Subnetze bitte auch miteinander kommunizieren können sollen. Das kann ich jetzt aber noch reinkonfigurieren. Jetzt ist die Frage, was muss ich denn jetzt noch tun? Wenn ich mal in den ersten Router reingucke, dann steht hier ja schon in der Static Route das drin, was ich brauche. Hier steht nämlich ja schon drin, dieses Netzwerk kannst du erreichen, indem du alle Pakete, die du kriegst und an dieses Netzwerk adressiert sind, über Router 2 jagst. An der Stelle ist auch völlig egal, wo die herkommen. Es ist an der Stelle wirklich wurscht, ob die aus dem oberen Subnetz oder dem unteren Subnetz kommen. Das heißt, die Pakete kommen hier schon rüber. Das können wir uns übrigens im Simulation Mode auch einmal angucken. Wenn wir jetzt ein Paket von hier unten dorthin schicken, dann passiert jetzt folgendes. Es wird ein ICMP-Paket geschnürt. Das geht weiter an den Switch, ist klar. Geht weiter an den Router. Und der Router weiß tatsächlich damit was anzufangen, denn der schickt das schon weiter an Router 2. Router 2 weiß damit auch was anzufangen. Der kennt ja sein Zielnetz. Das heißt, das geht hier wirklich durch bis zum PC 2. Das heißt, der Ping-Befehl kommt sogar an. Das Einzige, was jetzt schief geht, ist die Antwort. Denn, wenn wir mal weiter gucken, geht das an den Switch. Geht zurück an den Router. Und jetzt hat der Router 2 ein Problem. Denn was der Router 2 nicht weiß, wie soll er denn dieses Netzwerk hier erreichen? Das heißt, die Route von links nach rechts, die existiert schon in dem Router 1. Die Route zurück aber noch nicht. Das heißt, was uns noch fehlt, ist eine Konfiguration in Router 2. Und die machen wir mal eben schnell. Gehen wir mal zurück in den Realtime-Mode. Löschen den ganzen Quatsch. Was fehlt hier noch? Hier fehlt noch unter Static Routing dieses Netzwerk. Das ist hier nicht adressiert. Hier steht nur die 168.8.0. Das ist das obere. Da weiß er, was er damit zu tun hat. Er weiß aber nicht, was er mit dem unteren zu tun hat. Also schreiben wir es mal rein. Das ist die 122.168.8.128. Und die kann er erreichen. Erstmal die Subnetz-Maske gehabt. Das ist immer ein bisschen Tipperei. Und die kann er erreichen, indem er hier wieder diesen Router oder beziehungsweise dieses Router-Interface hier als Ziel benutzt. Also auch die 10.10.10.1. Die kann ich hinzufügen. Und wir sehen, die Routen sehen extrem ähnlich aus. Gleiches Ziel. Das ist logisch. Und das sind die finalen Zielnetzwerke, die er jetzt erreichen möchte. Und jetzt sollte das Ganze schon gehen. Wenn ich nämlich jetzt wieder einen Ping-Befehl schicke. Funktioniert es. Geht durch. Können wir uns jetzt im Simulation-Mode wieder angucken. Schicken ein Paket von da nach da. Und jetzt habe ich zwei geschickt. Ist egal. Die laufen jetzt nacheinander durch. Die wandern wunderschön nach drüben. Werden beide beantwortet. Und es kommen gleich zwei erfolgreiche Pings zurück. Das sind die beiden hier. Jo. Jetzt funktioniert unsere Route. Das heißt, der und der können mit dem kommunizieren. Und umgekehrt. Der ist jetzt außen vor. Und jetzt können wir uns... Jetzt sehen wir vielleicht einen Vorteil. Oder was heißt ein Vorteil? Aber jetzt sehen wir so langsam vielleicht einen Sinn in diesem Subnetting. Weil jetzt können wir quasi gezielt gewisse Netzbereiche voneinander isolieren. Oder gezielt einrichten. Dass manche miteinander kommunizieren können sollen. Das würde mit einem Switch jetzt nicht funktionieren. Das kann jetzt nur ein Router. Und jetzt kommt noch eine finale Denksportaufgabe. Und zwar die folgende. Ich gehe jetzt mal in diesen Router hier rein. Da hatte ich ja zwei statische Routen. Rückrouten definiert. Und schmeiße die mal raus. Beide. Und stattdessen schreibe ich hier folgende Route hin. Ich nehme die 192.168.8.0. Aber mit einer 24er Subnetzmaske. Das heißt mit 255.255.255.0. Da sage ich next hop ist die 10.10.10.1. Und jetzt können wir mal gucken, ob das auch funktioniert. Wir haben hier gerade was vielleicht erstmal sehr eigenartiges getan. Wir haben nämlich gesagt, Wir nehmen eigentlich hier eine IP-Adressen-Subnetzmasken-Kombination, die es eigentlich gar nicht gibt. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Wir pingen. Und kriegen ein In-Progress. Achso, ich bin nicht im Realtime-Mode. So, jetzt nochmal. Wir kriegen ein Successful. Können wir nochmal machen. Funktioniert. Von da oben nach da unten. Funktioniert auch. Und das ist jetzt durchaus eine Denksportaufgabe, warum das funktioniert. Das lasse ich jetzt auch an dieser Stelle mal offen, denn das muss man sich wirklich vielleicht mal in Schriftform wirklich hinschreiben, was da eigentlich gerade im Hintergrund passiert. Was man hier aber erkennt, ist, dass ich nicht jedes einzelne Subnetz per Routing adressieren muss. Ich kann auch ganze Gruppen von Subnetzen adressieren, indem ich die Subnetzmaske einfach kürzer mache, sage ich mal, also weniger Einsen spendiere. Wenn ich weniger Einsen spendiere, hier in der Subnetzmaske, heißt das im Grunde sowas wie, dass ich mehrere Subnetze zusammenfasse. Und das erklärt auch, wie das mit dem Routing im Internet funktioniert, denn ich kann nicht für jedes einzelne kleinste Teilnetz auf diesem Planeten hier wirklich eine Route irgendwo hinterlegen, egal ob ich das automatisiert mache oder statisch. Da können nicht alle Routen in dieser Form so hinterlegt sein. Also nicht zu jedem kleinen Teilnetzwerk auf diesem Planeten. Sondern es funktioniert offensichtlich, dass ich mit der Veränderung der Subnetzmaske ja Subnetze, sage ich mal, zusammenfassen kann oder mehrere Netzwerke zusammenfassen kann. Und das habe ich hier gemacht. Und wie gesagt, das ist die Denksportaufgabe, warum das wohl funktioniert.